Das ging ja wohl total daneben. Was? Und willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, beim nächsten Part von Let's Play Part 2. Weil, wie ihr seht, wir haben immer noch unsere kleine Klaidos-Kartoffel und jetzt müssen wir mal testen, was dieses orange Gel hier macht. Äh. Was macht das? Das... Zum Springen ist das nicht. Wow. Habt ihr das gesehen? Das ist ein... Das ist ein Schmiermittel. Oder wie, oder was? Anscheinend. Ach du heilige. Ein... Ein Hüpfmittel und ein Schmiermittel. Das ist ja... Interessant. Verstehe. Wir müssen... Da weiterlaufen, kann es sein? Oh. Aber wie kommen wir... Ne. Hm. Wir müssen wahrscheinlich von da Anlauf nehmen, kann es sein? Ganz ruhig. Okay. Halt dich fest, Glitter aus. Wir starten durch... Oder auch nicht. Äh, na gut. Hat doch nicht so geklappt, wie gedacht. Hm. Aber wir müssen den Schalter betätigen. Brauchen aber beide Portale hier. Hier. Hm. Hm. Äh, jetzt hat Glitter... Äh, Fraps schon wieder Macken. So. Wie jetzt weiter? Wie soll das da drüben hinkommen? Nee. Hm. Das muss einmal da hin oder auch einmal da drüben hin, so vermute ich. Aber... Was macht das eigentlich? Das hebt die Rampe, oder? Ja, wir müssen also da hoch. Das kann man ja nicht irgendwie abdrehen. Wir brauchen... Ist da draußen sowas wie ein Würfel? Nee. Nix, Würfel. Und Kladus kann uns das leider auch nichts sagen. Die hat, glaube ich, sowieso selbst gerade zu überlegen, weshalb die Sache mit Calowin, das hat mich jetzt auch verdutzt. Hm. Geh ich nochmal rüber und schau, ob ich da was find. Nee, da komm ich. So komm ich gar nicht rüber. Hm. Autsch. Okay, noch einmal rüber, ob wir schau legen. Wow. Okay. Hm. Wir müssen da... Wir müssen das Geld irgendwie da drüben hinschaffen. Aber wie? Bin ich aber auch ein blödes Vieh, keine Ahnung. Einfach so. Oh nee. Hopp. Da kam jetzt das Blaue, oder? Genau. Deshalb hier das Orangene und... So. Jetzt können wir von da drüben auch loslaufen. Nee, einfach von hier. Okay. So. Startschuss. Pff. Wow. Okay. Ob wir es hinkriegen? So. Boah. Gerade so. So. Hoppala. Und wie kriegen wir denn Büffel da hin? So, oder? Ja. Gut, dann können wir uns ja... Vorsichtig, 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 vorsichtig. So. Und zwei. Ach, schön, wenn es so... Vorsicht, bremsen, bremsen. Nicht zu früh. Okay. Gut, dann machen wir das weg, damit wir nicht aus Versehen durchs Portal fallen. Und ab geht die wilde Fahrt. Äh, weißt du... Wie bin ich hier denn drin gelandet? Wie bin ich hier denn gelandet? Hm? Hä? Also, ich glaube, ich hätte nicht springen dürfen, oder? Dass das Springen hilft, das habe ich mir nur eingebildet. Na gut. Dann einfach ohne springen. Okay. Das Springen in Zukunft lassen, wenn es nicht nötig ist. Okay. Hä? Aha. Jetzt müssen wir also so... Was ist da drüben? Ne, kommen wir nicht hin. Wie jetzt? Wir müssen uns von da drüben hin katapultieren, um den Schalter zu drücken. Na toll. Suppi. Hm. Ob das klappt? Je. Habe ich so meine Bedenken? Äh, so. Diesmal von der anderen Seite. Vorsichtig, vorsichtig. Nicht zu schnell. Nicht zu weit. Okay. Gleich sind wir bereit. Gut. Ich krieg dich mein. Alright. Gut. Hat ja geklappt. Okay, gut zu wissen. Oh ja. In Ruhe. Mit Ruhe und Bedachtes, da stimme ich dir zu, Kletters. Kennst du die Tests hier eigentlich, oder? Was macht das? Ach, blaues Gel. Hm. So, und noch einmal. Tapisieren wir mal ein bisschen um. So, da auch. Einfach mal überall, weil wir konnten sie ja überall brauchen. So. Da drüben müssen wir irgendwo hin. Okay. Moment mal. Ach so. Wir brauchen das Blaue und das Rote. Hm. So, wie soll es sich brauchen wir hier... Da war was, oder? Ja. Hier brauchen wir das Orange, ne? Weil wir... Wir müssen irgendwie rüberlaufen. Ach so. Verstehe. So. Gut. Und wofür jetzt das Blaue? Das Blaue brauchen wir doch auch für irgendetwas. Ist da rechts... Ne, da rechts ist nichts, um ein Portal zu erstellen. Ah. Verstehe. Damit wir, wenn wir... Ah. Kann es sein, dass ich das gerade richtig mache? So. Das hat ja sicher gespeichert. Ach. Ach so. Andersrum. Wir sollen erst... Büm, büm, büm und dann... Wusch. Okay. Gut. So wissen. Aber... Ist schönes Muster, oder? Müsst ihr sagen. Ich bin künstlerisch begabt. Äh. Mal sehen. Also das Rote muss jetzt da vorne hin. Genau. Blau. Da vorne Orange und hier... Muster im Blau hin. Gut. Jetzt muss man auch noch mit beiden Gates arbeiten. Okay. Noch einmal. Weil jetzt nämlich auch das Rote weg ist. Das Orange, ne? So. Spannend, oder? Okay, probieren wir mal, ob das klappt. Das ging ja wohl total in die Hose. Kann es sein, dass es doch andersrum gehört? Oder? Ach, nein. Bin ich blöd. Das zeigt nur an, welches Gel was macht. Ich hab's wahrscheinlich schon richtig gehabt. Okay. Also hier das Rote. Ich hatte schon richtig, oder? Ich hatte schon richtig. Okay. Und hier jetzt das Blaue. So. Und zack. Okay. Dann probieren wir mal aus. All right. Das hat sogar geklappt. Gut. Wie komm ich jetzt weiter? Jetzt sagt nicht, ich muss mich da drüben hin katapultieren. Das wär ja... Schön. Das geht auch gar nicht. Oder doch? Äh. Äh. Also gut. Da drüben ist jetzt das Blaue. Das heißt, das Orange muss da hin. Ich hab so ein bisschen meine Zweifel, ob das wirklich klappt. Aber... Ich bin hartgesotten. Wir kriegen das schon hin. Tschö, Wannimo! Das ging ja wohl total daneben. Was? Ich bin genau auf der Kante gel... Ich bin genau auf der Kante gelandet. Oh. Plitsch, platsch. Blablabla. Hä, 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 hä. Der Herr der knappen Sachen. Ähm. Und einen Glücksschmeister. Also ich glaub, ich muss grad mal... Entschuldigt bitte, ich muss kurz mal einen Schluck trinken. Meine Stimmen hinterbring mich sonst noch um. Ah, danke. Danke, dass ihr mich ja ausgehalten habt. Gut, also... Es war schon irgendwie richtig. Ich war nur noch daneben gefallen. Okay. Das Orangen ist jetzt da drüben. Gut. Also muss das Blaue da hin. Wie soll... Ich muss irgendwie nicht... Ich darf nicht zur Seite ziehen. Naja. Okay, ich hab... So ein bisschen... Ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts und... Nö, das klappt auch nicht. Nee. Ja, so kann's klappen. Ja, so klappt's. Auf... Definitiv so klappt's. Okay, was hab ich da? Das ist Blaue. Also kommt hier das Orangen schnell hin. Äh... So, okay. Gut. Klärtos, keine dummen Kommentare von dir? Das... Das ist irgendwie... Das ist ungewohnt. Gut. Also hier jetzt das Orangen. Okay. Gut, aber diesmal klappt's. Ich... Ich weiß es. Glaubt an mich, Leute. Drückt die Daumen und... Tschö. Wann imau! Danke. Banzerwerk? Hey, mal aufgepasst auf. Das Ding nennt man Aufzug. Das ist keine Toilette. Ich weiß, ich kenne ihn. Hä? Du kennst ihn? Cave Johnson? Na klar. Das war der... Das war der... Das ist der Firmenleiter hier. Wahrscheinlich... Wahrscheinlich wurdest du das derzeit auch noch gebaut, wo du... So ganz blau aus... Noch ganz alt aussahst. Hm. Hä? Das ist... Das ist jetzt wieder ein neueres Zeichen. Also was heißt neuer... Alt, alt, neu... Was? Wie? Hm. Bandsalat? Ich hab'n Kommentarsalat. Hm. Lecker Salat. Wir haben hier so Eisbergsalat. Das ist ja ein... So, so. Ach nein. Schon wieder mit den beiden Sachen hier. Gut. Wie soll das klappen? Schau ich mal. Wo muss ich überhaupt hin? Hm. Also hier schon mal. Hier muss das Orange nähen, würde ich sagen. So. So, mach mal alles schön orange. Gut. Und wie jetzt weiter? Wo muss ich mir überhaupt hin? Ich sollte erst mal schauen, wo ist der Ausgang? Da drüben? Da geht's ja auch noch weiter. Hä? Ach, hey. Das ist ja... Mann, oh Mann. Das wird ja immer größer hier. Äh, ne. Das... Da muss, glaub ich, das Blaue hin. Oh mein Gott. Mein armes Gehirn. Ist grad'n bisschen überlastet. Äh. Gut. Hm. Und weiter. Äh. Mann, 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 Mann. Ich brauch' ne Pause. Ach, das wird jetzt gar nicht blau, oder wie? So, wird mal blau. Das hier muss wahrscheinlich blau werden. Geh' ich mal da drüben hin und schau' mich... Schau' mir ja das mal an. Achso, ich muss wahrscheinlich hier rüberhüpfen. Oder auch hier einfach... Wo ist jetzt nochmal der Würfel? Hier, oder hier war doch irgendwo ein Gehänge mit dem Würfel. Da drüben. Hm. Ach, dafür brauch' ich das. Okay. Gut. Aber weiter weiß ich es auch nicht. Also, ich glaub' das wird jetzt, glaub' ich, meine größte Herausforderung bis jetzt. So. Ich muss in die andere Richtung. Muss ich hier etwa durchfliegen? Naja, schaden kann's nicht. Okay, probier' mir das mal. Tschö, Wannimau. Achso, soll das gehen. Ja, super. Äh, also fehlt hier noch blaues. Gut. So, blau kommt da hin. Ach gut. Ach gut. Ach gut, die da. Achso, meine Lieben. Hier muss ich wieder den Part beenden. So langsam krieg' ich den Dreh jetzt auch raus, außer jetzt langsam auch mit dem Kommentieren und den Rätseln und den Tests und allem. Also, seid gespannt, wie's weitergeht. Euer 93Turvo. I love to entertain you. Tschüss. Und goodbye. Bye-bye. Untertitelung. BR 2018